Ich war für acht Tage im Süden Spaniens in Andalusien und ganz untypisch für Bilder, die man sonst so im Kopf hat, ist es im Winter wirklich unheimlich grün und es gibt ganz viele total verlassene Traumstrände. Es war eine tolle Auszeit vom englischen Winter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist das? Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018